Hallo zusammen und wie könnte es auch anders sein, es geht mal wieder weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. Heute Montagabend habe ich mal wieder richtig Lust auf Duos. Ich hatte schon Duos gespielt und auch eine Runde gewonnen. Jetzt sozusagen als Absacker letzte Runde, wie auch immer, möchte ich das Ganze nochmal wiederholen. Also wir haben hinten zu Rick, können wir landen. Neben mir fliegt eine Bademeisterin, die ist tiefer als ich. Und vor mir ist höher, das erkenne ich nicht, was das ist. Den Skin erkenne ich ja nicht. Also neben mir war das. Bei mir ist er echt da. Komm mal. Bin schon unterwegs, so. Der ist drückend auf. Ich muss 26 abgehen. Ich bin tot. So, komme. Aber sein Kumpel muss ja noch irgendwo sein. Ich finde schon den kurz, dann hole ich dich. Wo ist er denn hin? Ist er rausgegangen, der Kumpel? Der liegt hier gar nicht mit. Der ist hier. Ich sehe den. Da war einer. Wo war der? Hat sich soeben erledigt. Kannst runterkommen, Martin. Du kriegst was zu trinken. Hier. Ja. Das ist sehr gut. Perfekt. also nicht erst mal ich habe mit gehst du hast ihn geholt ich bin das über dir ist da noch einer bei dir jetzt müssen wir langsam richtung zone leute haben gekämpft hier sie wurden ep münster wo ist die habe ich achte hier oben drauf ja die habe ich schon ja gegner und bus hier Da kommt er nicht! Ab hier! Lasst ihn abhauen! ist er weg habe ich gar nicht gesehen wo hat er das hier gebaut ich habe doch alles weggeklopft wo hat er das hingebaut gepackt ist noch eine skar wahrscheinlich wir haben sich die base da gebaut denke ich ist ja endzone quasi gar nicht ganz warum ist aber keiner da liegt nur los rum jeder baller noch einer ja wir müssen auch schon klar in mein face ja ich habe also die fresse gekriegt sehr gut ich kann die minis droppen das kräftige water wo ja ich überlege gerade was lasse ich denn dafür hier hier ist gutes zeug weiß frau ich weiß wo ich mir egal ist geil ich spiele ich ja gerne also mit der tag bin ich hoch zufrieden ich habe ja momentan so ein zwiegespaltenes verhältnis zu zu paps wo botet das denn ach du hast ein jump pad aber wir müssen hier ist der echt das botet doch oder ja das ist glaube ich neu da waren tim und ich letztens auch der guckt mir aber zu da waren tim und ich letztens auch ganz erstaunt aber über uns wo ist der sehe ich ein habe ich der andere hat mich Ich krieg weg Sehr gut, habe ich eliminiert, jetzt kannst du mich heilen, perfekt Auf den letzten Schuss habe ich den erwischt Auf den letzten Schuss habe ich den gepackt 10 insgesamt haben wir Ich heil mich gleich Jetzt haben wir noch einen Heidi Das kann ja nur der Heidi zu dem Darkbomber sein Dann kann das nur noch ein Solospieler irgendwo sein Wollen wir den den Sieg schenken Ich habe geguckt, wenn das ein Sweater ist, den lassen Sieg schenken Ja nix, ja ja Wir schenken keine Sieg Ach, wir müssen gewinnen, das ist das Sinn und Zweck des Spiels Die Frage, von wo der kommt Aber wahrscheinlich kommt gleich die Meldung Im Sturm verreckt oder sowas Weißt du, was ich ja glaube? Dass wir gleich bei den Lucky jetzt schon passieren Pass mal auf, da unten ist ein Gebüsch Nicht, dass der Herr da drin sitzt Hinter mir Die Idee war gut Der war hier verkämpt Meine Idee war gut im Gebüsch Das ist ein echter Die Idee war gut, Martin Der war im Gebüsch tatsächlich verkämpt Ich habe den scheinbar nicht richtig getroffen Der war direkt verkämpt Aber er ist angehittet Durch mich Der war in der Mülltonne versteckt Ich hätte auf die Mülltonne Ich hätte auf die Mülltonne Das ist ein Riken-Expert Aber wahrscheinlich fähig Sehr gut Auch wenn ich zum Schluss nicht aufgepasst habe Aber egal Gewonnen ist gewonnen Ich sage danke fürs Zusehen Und tschüss Bis zur nächsten Folge Macht's am Mann alle gut Wir sehen euch Drei Wir sehen euch När wir sehen euch Wir sehen euch Wir sehen euch Untertitelung des ZDF, 2020